Willkommen bei mir, Aesthetic, äh, zum Spiel Absolver und ich bin schon, ja, ich hab jetzt ein paar Tage Vorfreude gehabt auf das Spiel, hat mich echt gefreut und wir sind mal gespannt, was gleich passiert, jetzt ist die Maus schon im Weg, fängt schon gut an, äh, ich hab allerdings gedacht, das Spiel wär ein bisschen Multiplayer-lastiger, also ich hab jetzt gesehen, es gibt Koop, vielleicht solltet ihr erst mal das Spielprinzip erkennen, das ist so ein bisschen Mixed Martial Arts, ich finde, es hat ein bisschen so einen leichten Touch von For Honor, wobei da eher allerdings die Charakterzeichnung der Samurai und vielleicht ein bisschen von dem Wikinger, diese Bad-nicht-Berserkerin, die, die, mit dem komischen Dolchen, die vergiftet, äh, so ein bisschen so eine Charakterzeichnung hat's meiner Meinung nach und, äh, ja, wir gucken uns das mal an, ich dachte, es wär fast reines Beat-Em-Up-Spiel, aber es ist es gar nicht, es ist ein Koop-Singleplayer, ähm, allerdings überhaupt kein Multiplayer, glaube ich, oder wie, ich bin mir nicht sicher, neues Spiel, vielleicht müssen wir auch erst mal irgendwie, einen Charakter erstellen, okay, die Ethik, 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 hell, Geschlecht, wir können nicht, können wir keine Frau nehmen, ja, komm, passt schon, Haarfarbe, braun, das ist braun, die gute braune Haarfarbe, blond, schwarz, Kupferrot, ich hoffe, ich hab ein schlechtes Gefühl, wenn ich ehrlich bin, okay, es funktioniert nicht, ähm, dann, machen wir es, Sekunde, ich wechsle mal kurz den Controller, der scheint nicht zu funktionieren, das ist aber ein gutes Zeichen, oder, es gibt Multiplayer, ähm, denn immer wenn Multiplayer, bei einem Multiplayer-Spiel, wie zum Beispiel Fifa, mit meinem PS4-Emulationsprogramm, denkt der immer, ich hätte zwei, ähm, Controller angeschlossen, so. Okay, das macht's nicht besser, das macht's überhaupt nicht besser. Der ist ganz schön empfindlich, muss ich zugeben. Ich will nicht mit Maus- und Tastatur spielen, was soll denn der Quatsch? Aschbraun, braun, hellbraun, Kupferrot, Kastanien, Gibt's da irgendwas Cooleres? Komm, wir machen jetzt einen Rotsch, Rotschopf. So, Forsaken, ausgewogener Kampfstil mit einem leichten Schwerpunkt auf Stärke. Ähm, blockt den Angriff vollständig und betäubt deinen Gegner. Dann haben wir den Absorber, glaub ich, so heißt der. Oh, der kann zumindest absorbieren. Verbessert vor allem Stärke und Vitalität. Also, das ist so ein bisschen der Tank, sag ich mal. Ebt die Betäubung durch Angriffe auf, die verlorene Gesundheit kann zurückerlangt werden. Okay, ein bisschen so eine Art Live-Leach oder was? Und den Windfall. Verbessert vor allem die Gewandtheit, entgeht deinem Angriff und verlangsamt. Den würde ich gerne spielen, tatsächlich. Jetzt bin ich eine Frau, eine dunkelhäutige Frau. Warum? Kann ich das wieder ändern? Männlich. So. Windfall. So, alles klar. Den würde ich gerne mal ausprobieren. Name. Absolver. So würde ich auf jeden Fall heißen. So. Annehmen. Spiel startet. Hat ja auch lange genug gedauert jetzt hier. Tut mir leid dafür, dass ich jetzt hier ein bisschen mit dem Controller umgepimmelt habe. Vielleicht muss ich das gleich nochmal machen. Wer weiß. Denn, ähm, naja, ich sag mal so, hier beim Xbox-Controller ist so ein bisschen der Stick ausgeleiert. Das heißt, der geht nicht immer in die Zero-Position, also in die Null-Position, wo sich der Charakter nicht bewegt, sondern er bleibt einen Ticken oben, einen Ticken unten und dann das Spiel blöd eingestellt ist, dann, ähm, und die Toleranz da zwischen dem Stick nicht so groß ist, dann läuft die Figur manchmal einfach in irgendeine Richtung. Und das ist blöd. Und mit dem habe ich es ja gerade erklärt, mit dem Xbox-Pad, äh, mit dem Playstation-Pad, ist halt ein bisschen, ne? Dann denkt der, ich hätte zwei Pads angeschlossen und nimmt jede Taste, die ich drücke, quasi doppelt. Aua, wie laut. Okay, das ist anscheinend dann gleich mein erster Gegner. Oder doch nicht, der formt unsere Maske so ein bisschen und gibt dir vielleicht einen Unique-Style. Okay. Alles klar, wir können uns anscheinend jetzt bewegen. Guck gerade mal. Da, da seht ihr es, ich habe quasi den Controller nicht mehr und der hat ihn nicht geserot und jetzt muss ich den halt wieder ein Stückchen runter machen, dann geht's. Müssen wir mal gucken, wie sich das im Kampf so ein bisschen, ne? Wie das so ausartet. Aber ich würde tatsächlich gerne einen kleinen Ticken noch leiser machen. Wir haben es ja gerade gehört, die Musik ist dann doch etwas laut. Geht wie ich. Mal mit der Maus. So, steht die. So, fortsetzen. Gucken wir mal, was uns hier erwartet in dieser Welt. Und ich kann noch nicht Meditation, Begegnung. Ich würde gerne wissen, ab wann ich Multiplayer spielen kann und ob das überhaupt funktioniert. Oh, ganz ruhig. Ah, dann hier lang, alles klar. Kann ich schon irgendwas drücken? Ich kann schlagen. Aufschalten. Ziel wechseln. Dann muss ich das Ding gedrückt halten und mit dem Rechtszimmer wieder frei bewegen. Okay, schwer, leicht. Kann ich irgendwie blocken. Ich weiß nicht, tut mir leid. So, was kannst du? Ist das die Lebensanzeige von dem? Oder meine Ausdauer? Ne, das ist meine Ausdauer. Könnte ich nicht irgendwie ausweichen? Ah, okay, so könnte ich ausweichen. Okay. Ah, jetzt kommen Gegner. Angriffskombo. Pam. 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 Alles klar. Fühlt sich schon mal organisch an. Ich habe auch erst gedacht, Kampfdeck. RT. Dein Kampfdeck hat vier Haltungen. Hm, geht und beginnt mit einem Angriff. Nimm jede Haltung einmal ein. RT. Aber ich kann so auch ausweichen. Runter, drüber springen, rechts und links am Schlag vorbei. Zusätzlich zu dem hier, oder was? Den kann jeder. Alternativer Angriff. Okay. Kann ich weiter? Muss ich weiter? Kann ich weiter? Ich kann weiter. Okay, Y. Tür aufmachen. Durchbrechender Angriff. Alles klar. Ich muss in die Stance gehen. So. Haltung. Uh, ich darf endlich kämpfen. Guck mal. Der kann gar nichts. Ah, das kostet natürlich... Haha. Komm doch. Versuch's doch. Trau dich. Versuch's extra hinter mich zu gehen. Komm schon. Das war's? Mehr kannst du nicht? Lol. Lol, da gibt er mir einfach... Kann er sich mal eine vernünftige Haltung drehen? Danke. Okay, das ist gar nicht so einfach mit diesem Ausweichen. Vielleicht hätte ich doch was anderes nehmen sollen. Weil ich... Ich bin mir nicht sicher, was der immer für Angriffe macht. Ja, so einen einfachen Schlag, okay. Aber... Ich sag mal, so einem Tritt, da... Durchbrechender Angriff. Vielleicht hab ich doch die falsche Klasse genommen. Wer weiß. Finte, Deckung erlaubt es dir... Oh, das wollte ich jetzt gar nicht. Erlaubt es dir, einen Angriff abzubrechen? Okay, was... Wenn du sie direkt nach dem Angriff nutzt. Was ist Finte? Wer ist das hier gewesen? Oh, hallo. Okay. Ich meine, hier kann man ja alles kaputt machen. So, kann man hier hoch? Nein. Ne, nicht so richtig. Okay. Gucken wir mal weiter. Also, es sieht zumindest halbwegs liebenvoll gestaltet aus, finde ich. Oh. Ah. Ah, ich will die Stands wechseln. Wom geht's jetzt nicht? Da? Ne. Ich hab doch Ausweichen gedrückt. Aua. Aua. So. Alles kein Problem. Hey, was kannst du überhaupt? Ein paar saftige Kombos ins Gesicht. Außer du blockst alles. Ne, jetzt doch nicht. Vielleicht nicht die beste Klasse für mich gewesen. Dieses... Dieses kurze Ausweichen ist schon gar nicht so einfach zu timen. Muss ich zugeben. Und jetzt machen wir hier so eine Art... Also, natürlich erstmal Tutorial. Aber vor allen Dingen auch wahrscheinlich so ein bisschen, dass wir beigebracht... Das ist so eine Prüfung, dass wir uns selbst beweisen müssen. Finde und besiege Silan. Silan. Alter, jedes Mal. Macht der... Den Schlag nach vorne. Naja, ich sag mal gegen KI-Gegner kann man auch theoretisch wahrscheinlich... Einfach durchgehend Schlagtesten drücken. Wenn da nicht gerade zufällig zwei auf einem drauf rumhämmern. Ist es auch machbar. Okay, man hat auf jeden Fall ein Level-System. Aber das dachte ich mir bei der Charaktererstellung schon, als es gesagt wurde. Man muss sich so ein bisschen auf Stärke konzentrieren. Weiß nicht, ob man noch ein Loot-System hat. Ob man noch Ausrüstung finden kann an sich. Ähm. Entgehen. So lange aufgeschalten. Spring. Duck. Dich oder mach Seitenschritte. Okay, um jeweilige Team... Okay. So. Der ist mir egal. Da komm ich nicht durch. Hier könnte ich... Oh, ich kann die auch so öffnen. Aha, natürlich. Abkürzung. Okay, Silan. Zeig dich. Da ist er doch schon. Komm schon. Das ist gar nicht so tun, als ob ihr hier der große Macker bist. Ah, das ist der... Der Tritt geht einfach so weit, dass Ausweichen nach hinten überhaupt nichts bringt. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, dass sie das so machen. Weil die merken, alles klar, der weicht... Oh. Au. Autsch. Autsch. Verdrückt. Ich wollte was drücken. Naja. Ich hab ein bisschen Leben zumindest wiederbekommen. Ich hätte doch den Absorber nehmen sollen. Stufenaufstieg. Meditation. Schauen wir uns das mal an. Ah, okay. Stärke. Gewandtheit. Vitalität. Konstruktion. Was bringt mir Gewandtheit? Zu steigern wäre eine wichtige Tradition in der imperialen Familie von Adal, da sie großen Wert auf anmutige und exakte Bewegungen legt. Erhöht den Schaden von Angriffen, die auf Gewandtheit basieren. Okay. Vitalität. Erhöht maximale Gesundheit. Konditionen. Erhöht maximaler Ausdauer. Erlaubt mehr Angriffe zu verkennen. Willenskraft. Menge an Spannung, die bei erfolgreichen Defensivaktionen in einer Scherbe aufgeladen werden. Und Mobilität ergibt sich aus dem Gewicht der Ausrüstung. Erhöht den Schaden von Angriffen, die auf Mobilität basieren. Erhöht die Wiederherstellung von Ausdauer. Okay, nicht so unwichtig. Aber wir machen natürlich erstmal... Ne, wisst du was? Wir machen erstmal Vitalität. Ausrüstung. Schlag. Ist tatsächlich besser? Er sieht überhaupt nicht anders aus, oder? Ah, so sieht er anders aus. Ah, das ist das, was drunter ist. Gar nichts. Das. Priester-Tunika. Aber wisst du was das ist? Das ist Vorbesteller-Ding, was ich hier bekommen habe. Lame. Will ich eigentlich gar nicht. Aber es bringt mir echt viel. Das ist gay. So was mache ich nicht. Das hier sollst du anziehen. Okay. Wir bleiben beim normalen Outfit. Ich mag das nicht so. Vorbesteller. Sachen, die einen irgendwie mehr boosten, als es vom Spiel überhaupt gewollt ist. Alles klar. Endbaus oder was? Komm doch her. Come at me, bro. Er macht überhaupt nichts. Ansprechen. Ich bin Talem. Ich werde versuchen, dir auf deinem Weg zu helfen. Aber, wenn du dich an die Faltung verlierst, nicht alle, die die Maske tragen, sind deine Feinde, weißt du. Ich werde dich nicht angreifen. Naja, mit deinem komischen Teller auf dem Kopf. Wenn du in Sicherheit bist, kannst du dich in die Meditation begeben und mit deinem Kampfdeck üben. Meditation. Schadam. Üben. Kampfdeck. Wir machen es mal ganz kurz. Okay, da kann ich im Endeffekt in so einer sehr, ähm, wie heißt das Spiel nochmal? Es ist ja jetzt in der Creed-mäßigen Ladebildschirmwelt. Kann ich hier tatsächlich ein bisschen auf Leute einprügeln. Wie ich finde, hätten sie das mal bei Assassin's Creed auch machen müssen. Da kann es ja nur ein bisschen rumlaufen. Ich glaube, im ersten Teil konnte man, oder? Im ersten Teil konnte man ein bisschen kämpfen. Soweit ich mich erinnere. Aber ab dann ging gar nichts mehr. Kampfdeck bearbeiten. Okay, kann ich jetzt Kombos anpassen? Ah, das geht jetzt einen Ticken zu weit. Das will ich jetzt noch gar nicht machen. Ah, den habe ich da jetzt weggenommen. Okay, ich kann mir das tatsächlich so ein bisschen anpassen. Das ist aber gar nicht schlecht. Das ist tatsächlich ganz cool. Auch wenn es immer nur zwei Angriffe maximal sind und ich die dann in was anderes verketten muss. Je nachdem, welche, ähm, Dings gerade ist. In welcher Stance ich gerade, ziemlich veräppeln. So, welcher Stance ich gerade bin. So, habe ich, habe ich gemacht. Habe ich gemacht. Lernst du neue Angriffe von Gegnern? Kannst du sie in deinem Kampfdeck nutzen? Ja, tatsächlich, äh, man lernt Angriffe von Gegnern. Indem man die platt macht und kontert und so. Im Augenblick ist das noch nicht nötig. Aber gegen härtere Gegner wird es hilfreich sein. Bleib auf deinem Weg, bis du bei den Ruinen von Rasslan ankommst. Danke. Dort wirst du andere wie dich finden, die entschlossen sind, Absolver zu werden. Alles klar, ab da beginnt PvP. Also nicht PvP, aber Multiplayer. Geh ohne Furcht, wir werden uns wiedersehen. Ja, 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 ist gut. Ruinen von Rasslan, da muss ich hin. Ab dann darf ich in Multiplayer rein, oder wie? Oh. Oh, drei Stück. Wofür weiche ich denn aus? Oh. Keine Ausdauer mehr. Schade, daneben. Alles klar, machen wir den erstmal weg. Kriegt der auch nochmal einen hinten gegen die Pläte. Ah, weg. Da sieht man auch immer diese Kreise mit den Symbolen ist, ist das, ähm, was ich quasi am Lernen bin, wenn ich den platt mache oder wenn ich irgendwas konter von dem oder so. Problem ist, ich kann hier gar nicht kontern, so richtig. Ich kann schneller rennen, okay. Aber sieht man hier vielleicht schon am Horizont irgendwelche Ruinen. Tatsächlich, da hinten. Oh, das ist noch weit. Oh, das ist noch weit. Ich würde ja gerne da hinkommen, heute. Ich würde gerne auch mal den Multiplayer... Okay. Okay. Vielleicht bin ich auch schon da. Who knows? The trouble I've seen. Ladebildschirm. Okay. Ähm. Okay, jetzt wollte ich gerade anfangen, aber ich höre schon Geräusche im Hintergrund. Oh, Katzi. Psst. Ich müsste mich eigentlich ausblenden, aber... Und die Steine, die wir übrigens da hinten am Rücken haben, die sind gewollt. Das ist keine Grafikfehler. Die bestimmen, wann wir irgendwas Spezielles machen können. Wie die aufgeladen sind. Okay, ich bin tatsächlich schon da. Okay, wir laufen weiter. Wir sind zwar schon 20 Minuten dran, aber dadurch, dass ich... Ähm, 5 Minuten mit meinem Pad zu hadern hatte. Also laufen wir nochmal ein bisschen, oder? Eigentlich wäre es viel schöner, wenn wir es schaffen, den Singleplayer im Endeffekt hinter uns zu lassen, auch wenn der noch viel weiter geht, aber tatsächlich erstmal zum Multiplayer zu kommen und dass ich dann die nächste Folge, die vielleicht sogar schon morgen rauskommen wird und nicht übermorgen, ich bin mir da noch nicht so ganz sicher, äh, dass ich da Multiplayer-Content zeige. Was gibt's hier? Alter aktivieren. Interagieren. Soziales Kampfprüfung. Was ist das? Ich kann ja mal den Typen anlabern. Vielleicht sagt er mir ja was dazu. Äh, um ein Observer zu werden, musst du zeigen, dass du würdig bist, indem du Rizzrin in den hängenden Gärten des Turms von Adel besiegst. Cool. Aber vorher musst du Kudos im Kolosseum bezwingen. Kilo und ihre Brüder Karal im alten Vogelhaus. Ja, das ist halt eine sehr tolle Welt, in der ich mich nur über Kämpfen definieren kann. So komplett. So wie die sechs Gezeiten, die die Stadt von irgendwem umkreisen. Äh, nur dann öffnet sich das Steintor zum Imperiumsturm. Dieser Leitstein zeigt dir deine verbleibenden Ziele. Okay. Nimm dich vor diesen Gegnern in acht. Sie sind nicht so leicht zu schlagen. Ja, die haben mehr Leben und machen ein paar coolere Moves. Hab schon verstanden. Okay. Ist das jetzt hier schon das Hub? Dieses eine Ding? Ich hab gehofft, dass hier irgendwie mehr Leute rumhängen oder so. Also da geht's auf jeden Fall irgendwo hin. Wir gucken uns hier erstmal aber kurz um, bevor ich an diesem Stein versuche, Kampfprüfung zu pressen. Ich hab gehofft, da steht wenigstens Multiplayer und nicht, dass es irgendwie verschleiert ist, weil ich hab Angst, dass ich gleich nur gegen NPCs kämpfe. So, wo sind wir hier? Ich kann ja nicht springen, ne? Okay, da geht's auch wieder irgendwo hin. Ist das der große Turm? Nee. Das könnte aber auch die Stadt sein. Okay, dann werden wir das wahrscheinlich mal ausprobieren. Und vielleicht, wenn's richtig ist, kann ich hier jetzt schon mal eine Multiplayer-Action zeigen. Kampfprüfung. Eins gegen eins. Ein traditionelles Duell auf Leben und Tod mit dem Blablabla. Kann ich oben... Ah, ich kann's noch nicht freischalten. Erstellung der Kampfschule, Freischaltung in nichts. Besiege deinen Gegner dreimal, um den Sieg davon zu tragen. Okay, wir fangen einfach mal an. Mal gucken, ob ich jetzt auf jemanden treffe, der mit diesen Priesterklamotten rumrennt. Der das ein bisschen anders sieht als ich. Muss ich jetzt fünfmal gewinnen, um das freizuschalten? Weil mir das so ein bisschen suggeriert wird über die... Die Rauten, die mir da rechts angezeigt werden. Oben rechts unter der Stufe. Erstmal muss ich überhaupt einen Gegner finden. Ich spiel das Spiel. Wir haben's. Ich kann mal kurz auf die Uhr gucken. 19.27 Uhr. Wie ihr wisst, spiel ich jetzt seit 23 gleich 24 Minuten. Und das Spiel ist um 19 Uhr online gegangen. Bedeutet, an diesem Punkt jetzt sind noch nicht so viele Leute, nehme ich an. An dem ich jetzt bin. Und jetzt kommt's anscheinend doch noch zu einem Multiplayer-Match. Und dann kann ich die erste Folge auch beenden. Und dann ab nächstem Mal... Ich muss mal gucken, ob ich jetzt Multiplayer... Ich muss ja sowohl Singleplayer als auch Multiplayer... Ja, er trägt natürlich die ganzen Vorbesteller-Dinger. Krasser Typ. Hoffentlich kriegen wir den vermöbelt. Ah, geile Sorgen. Geht der einfach direkt auf uns los? Ja, ich hab keine Ahnung von den Gesten. Ich weiß nicht, wie man sich verbeugt. Da. Das war traurig, egal. Das ist ja ein relativ lames Match. Schade. Das ist die ganze Zeit ja nur hin und her ausweichen. Und einen Schlag setzen. Wann hört es denn auf? Man hat ja unendlich Ausdauer, theoretisch. Ja. Ja. Jetzt musst du auch mal aufhören mit dem Ausweichen. Man kann ja nur einen Schlag machen. Uh, da muss es noch irgendwas gegen geben. Ja, ich hab getroffen. Okay, zwei Schläge und er... Au, au. Oh, er gewinnt fast. Haha, ganz knapp. Huh. Huh. Okay, ich hab halbes Leben wieder. Warum? Kommt der jetzt mit Full Life wieder? Okay, cool zu wissen. Ha! Könnte er ja da ausweichen. Hä? Musst du ja wenigstens Half-Life machen. Na ja, jo. Er kriegt wieder ein bisschen Leben dazu. Hm, okay. Ist, äh... Das mit dem Ausweichen finde ich ein bisschen... zu... lame, dass man ständig hin und her dasht. Ha! Das war gut. Hab ich sehr stark gemacht. Was? Ah, schade. Man hat im Endeffekt zwei... unterschiedliche Dinge zum Ausweichen. Äh, nicht zwei, drei. Man hat den normalen Ausweich-Move, man hat das Blocken und man hat diesen schnellen Ausweich-Move, der klassenabhängig ist halt. Jetzt rennt er weg. Warum rennt er weg? Ha! Geil sein, er ging daneben. Nice! Wieder Full-Life. Geil! Aber ich hab da links irgendwie ein Life-Rack-Ding. Kann das sein, wenn ich ihn auch links drücke? Muss ich gleich mal ausprobieren. Dass sich mein Leben ein bisschen auffüllt. King of the Hill, Alter. Ich bin hier. Lol. Das ist doch schon echt schwierig. Krass, wenn man mal einen dicken Schlag setzt. Ha! Ins Gesicht! Er zieht halt auch direkt durch, wenn ich nur einmal anfange zu blocken und nicht ausweiche. Er macht halt auch immer, einmal ausweichen, schlagen, ausweichen, schlagen. Das kann ich auch machen, Alter. Dann wird es aber mega lame. Ich mein, ich mach es quasi so, aber. Ich bin mit dem Rücken zu ihm. Das ist nicht so geil. Was? Ich würde mal gerne zurück und das ausprobieren. Geh mal weg, Bro. Okay, irgendwas passiert auf jeden Fall. Na! Wie viel steht's? 2-2? Oder so? Okay. Okay, dann mal los, Bro. Ah, ich bin nicht so gut grad. Ich bin ein bisschen... Warum weicht meiner nicht mehr aus jetzt? Ah! Ich bin ein bisschen ruhig. Aber das ist normal. Ich muss mich ein bisschen ans Kampfsystem gewöhnen, was irgendwie nicht so schön ist, meiner Meinung nach. Alter, nur, nur leichte Schläge. ständig in jedem Schlag ausweichen. Oh, das ist mega. Ich weiß nicht, er ist natürlich auch die gleiche Klasse wie ich. Das macht es nicht besser. Ah, jetzt bei ich doch mal aus, Bro. So. Ja, ich weiß nicht. Ach, da oben steht übrigens. Es ist echt... Also, dieselben Klasse. Das war jetzt echt lamer Kampf, muss ich sagen. Ähm. Ich will keine Revenge. Fortsetzen. Weiter. Ich will keine Revenge. Geh mir weg. Beinhalb des Spielsieg. Leistung. Okay. Mal verlassen kurz. Dann kann ich eine Upmodi machen. Ja. Also. Das Singleplayer-Ding war ganz okay. Ja, fand ich bis jetzt. Also, es ist eine schöne Mischung, dass man den Singleplayer machen muss, um bessere Ausrüstung, glaube ich, zu bekommen. Und den, ähm... Ja, um halt im Multiplayer irgendwie ab einem gewissen Grad noch Fuß zu fassen, brauchst du halt ein bisschen, ein bisschen Ausrüstung. Oh, guck mal. Kann ich dich gegen den antreten? Kann ich ihn töten? Tatsache. Wieso geht denn das? Okay, erstmal eine andere Klasse. Oh, ich hab was gelernt von ihm. LOL. Zack. Okay, gegen ihn spielt es sich auf jeden Fall schon mal ein bisschen anders. Ich krieg kein Pilzchen-Tritt rein. Er weicht den Dingern so ein bisschen einfach... Also nicht ausweichen, er dingst sie immer. Er blockt sie immer. Ja, es sieht gut aus. Aua. Glaubst du, ich hab keine Ausdauer mehr oder warum? Das hier nichts trifft? Er blockt halt echt gut, muss man sagen. Na ja, hat mich platt gemacht. Du feindselig, Gebiet betreten, du im Kampf verloren. Okay, Neuanstieg in... Er hilft mir hoch. Das ist aber nett. Das ist aber nett. So. Jetzt wird er mir ein bisschen als feindlich dargestellt, oder was? Jetzt mach ich mal meine Abmord hier. Es ist schön, dass man Leute sieht, tatsächlich, muss ich sagen. Stell mich mal draußen hin und tu, so als wenn ich weggehen würde. Damit er denkt, ne? So, hier um die Ecke stelle ich mich jetzt. So, also. Ähm, diese Mischung Singleplayer-Multiplayer finde ich gar nicht so kacke. So, dass man immer ein bisschen im Singleplayer vorankommen muss, vom Loot und so her. Dass man im Multiplayer ab einem gewissen Grad überhaupt nicht noch irgendeine Chance hat. Ähm, finde ich eine lustige Idee. Mal gucken, wie die Balance-mäßig so umzusetzen ist. Und wie das den Spielspaß so am Ende ein bisschen betäubt. Ja. Und der Multiplayer an sich, also das erste Match war mega lame. Das zweite Match, hä, ich weiß nicht. Also, ich finde tatsächlich diese, diese Ausweichdinger von mir und diese Absorber von denen, die sind da schon ein bisschen stark. Also, das bestrengt sich die ganze Zeit nur da drauf, bisher. Also, das kann sich jeden Tag ändern und das kann sich auch daran ändern, dass ich noch ein Anfänger bin. Genauso wie die anderen und keiner in das Spiel gespielt hat und keiner genau weiß, wie es funktioniert. Aber rein vom Prinzip, ähm, dass man tatsächlich, 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 ja, da haben wir es, ähm, die ganze Zeit nur blockt, ausweicht, absorbt und man ab und zu mal einen leichten Schlag macht und sich der Kampf natürlich so um einiges hinzieht und es keine schönen Kombos wirklich da rauskommen. Also, ich bin mir da noch nicht so sicher. Da muss es noch irgendwie einen Counter für geben oder sowas. Naja, aber, ich denke, ihr habt es mitgekriegt und ihr, ihr werdet ja gesehen haben, ob euch das, das Spiel, also das Gameplay so überhaupt gefallen hat oder nicht ansonsten, ne? Wisst ihr ja Bescheid, ihr könnt es euch kaufen. Das kostet, glaube ich, 29 Euro sogar. 29 Euro kostet es, äh, ich muss mal gucken, wie weit ich das noch spiele. Das hat mich ein bisschen, ich will nicht sagen demotiviert, aber da muss ich ein bisschen was tun. Ich weiß nicht, ob es an der reinen Fail, also wenigen Experience liegt, die ich habe und die anderen. Das kann sich natürlich im Laufe des Spiels ändern, dass man da einen vernünftigen Weg findet, dass es nicht so oft gemacht wird oder so oder dass man da irgendwie einen Counter für bekommt. Vielleicht kriegt es dann irgendwann, man soll ja auch Waffen kriegen, so, Schwerter, Faustwaffen und so weiter, dass sich das dann ein bisschen ändert und man da eher so drauf geht und sowas. Keine Ahnung, wird man alles sehen. Auf jeden Fall, ich danke fürs Zuschauen. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und nächste Folge gibt es dann wahrscheinlich reine Multiplayer-Folge. Wir gucken mal, machen wir mal zwei, drei Matches oder so, gucken, wie ich mich schlage. Vielleicht ziehe ich sogar das Priestergewand an, damit die anderen nicht alle immer einen Vorteil haben. Ähm, Singleplayer würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Aber auf jeden Fall danke. Schreibt mir in den Kommentaren, was ihr von dem Spiel haltet, ob ihr es selber kaufen würdet, ob ihr es gerne gucken würdet vor allen Dingen oder ob ihr lieber irgendwie, weiß nicht, ob ihr rein theoretisch lieber ein Streetfighter-Match euch anguckt oder ein Mortal Kombat-Match oder ein Tekken-Match oder so, anstatt das Spiel oder von mir auch sogar ein For Honor-Match. Nicht, dass ich die jetzt direkt, dass ich die Sachen dann kaufe oder so, nur einfach mal eure Meinung, wie das Spiel so bei euch ein bisschen ankommt. Jetzt nicht rein auf, dass ich das spiele, sondern allgemein auf der Welt, wie das Spiel meiner Meinung nach euch so ankommt, ob es ein gutes Spiel ist, ein schlechtes Spiel. Es ist halt ein Indie-Titel, dafür kostet allerdings auch 30 Euro, wenn man bedenkt, dass, ähm, Hellblade auch 30 Euro kostet. Da muss man gucken, wie sich das Ding hier schlägt. Naja, okay. Dann, äh, wie gesagt, ich danke fürs Zuschauen und mal gucken, wann die nächste Folge kommt. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, aber ich denke morgen. Das passt mir besser in den Kram. Oder? Ich muss überlegen. Ich weiß noch nicht. Ich schau mal. Okay, danke schön. Tschüss.